Der Massen-Selbstmord steht im Zusammenhang mit dem Maya-Kalender, in dem das Ende der Welt für den 21. Dezember 2012 vorhergesagt wird. Die Welt, wie wir sie kennen, wird bald ein Ende finden. Es beginnt. Die Maya wussten es. Die Bibel. Das ist das Ende der Welt, meine Freunde. Daddy, was war das? Dreh ich nicht um Sie mich an, sieh ich aus, als hätte ich Angst. Es ist nicht nur Kalifornien, es ist die ganze Welt. Freil euch! Dad! Wohin gehen wir? Die Regierung baut Schiffe. Weißt du, wie viel Kraft es mir gibt zu wissen, dass du überlebst? Haben wir nicht entschieden, dass die Leute ein Recht haben, um ihr Leben zu kämpfen? Uns bleiben 15 Minuten. Wir werden sterben. Nein, werden wir nicht. Der Moment, in dem wir nicht mehr füreinander kämpfen, ist der Moment, in dem wir unsere Menschlichkeit verlieren. Daddy! Hälst einen Schatz, Hälst einen! 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 Hälst einen Schatz, Hälst einen Schatz, Hälst einen! Vielen Dank.